Ach du heiliger Popel, ey, ist wach! Hey, ja normal. Du verstehst es nicht, du hast seit 2016 geschlafen, weil du auf den Kopf geflogen bist. Oh, lol, YOLO! Leute, lasst diese Kreatur nicht raus. Oh nein. Bro! Oh mein Gott, du bist wieder aufgestanden. Ja, normal, schau was ich kann. Meinst du das jetzt ernst? Ja, ich mein's ernst. Das hast du gerade nicht gemacht. Hä, doch, das ist ein Trend, das macht jeder. Hilfe! Ah ja, noch was, ich hab seit heute irgendwie so komische Halsschmerzen. Oh nein. Ich muss auch husten. Ey, ey, ey! Ich habe heute was gegessen und nichts geschmeckt, das kann nur eins bedeuten. Und ich habe gefurzt, aber ich konnte nichts riechen.